Mit dem AWS-First-Inkubator-Programm fördern wir junge Teams von zwei bis vier Personen im Alter zwischen 18 bis 30 Jahren bei der Entwicklung ihrer innovativen Ideen. Wir fördern unsere Teilnehmenden einerseits durch finanzielle Unterstützung, andererseits durch die Vermittlung von Know-how. Das funktioniert so, die Teilnehmenden bekommen Workshops und Trainings zu gründungsrelevanten Themen. Außerdem bekommt jedes Team einen individuellen Mentor oder eine Mentorin zur Seite gestellt und einen Zugang zu einem breiten Netzwerk an Branchenexpertinnen und Experten. Außerdem gibt es für jedes Teammitglied ein monatliches Stipendium von 400 Euro und ein Projektbudget von bis zu 20.000 Euro für jedes Team. Zur Förderung kommt man über die Homepage www.aws.at. Dort findet man alle Infos zu den Einreichfristen und auch den Zugang zum Einreich-Tool. Für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017